Nun sind wir endlich mittendrin, denn die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, die hat am letzten Donnerstag begonnen. Heute Abend steht das erste Spiel der deutschen Mannschaft kurz bevor und wir haben hier exklusiv für Sie das Wetter zu Ihrem Public Viewing im Freien. Und damit herzlich willkommen hier bei wetter.net. In einem solchen Stadion wie hier, da spielen heute Abend Jogis Jungs gegen Portugal. Das Wetter im Spielort Salvador, Sonne und Wolken gemischt, gelegentlich Regen und 27 Grad. Allerdings ist die Luftfeuchtigkeit dort sehr hoch. Wir müssen schauen, wie die deutsche Mannschaft damit umgeht. Uns interessiert ja aber vor allem das Wetter hier in Deutschland. Und die Sonne kündigt in der Südhälfte des Landes am frühen Mittag noch sehr gute Public Viewing-Bedingungen an. Das ist zunächst auch an Oder und Neiße noch der Fall. Seit dem Morgen allerdings ziehen von Nordwesten her sehr dichte Wolken ins Land, die auch immer wieder Regenschauer mit sich bringen. Und wir schauen mal, wie sich das bis zum Zeitpunkt des Anstoßes bis 18 Uhr entwickelt. Leider kommen die Wolken immer weiter Richtung Südosten voran. Die Regenschauer, die sie mitbringen, sind zwar nicht stark, aber sie kommen halt eben immer wieder. In der Südhälfte des Landes, auch da kommen nun etwas mehr Wolken. Allerdings bleibt es hier überwiegend noch trocken, nur am Alpenrand. Auch da kann mitunter etwas Regen vom Himmel kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 25 Grad. Wer also in der Nordhälfte des Landes zum Public Viewing geht, nimmt besser einen Schirm oder eine Regenjacke mit. In der Südhälfte, da kann man mitunter auch ohne aus dem Haus gehen. Und dann schauen wir nochmal schnell auf die Nacht, wer noch feiern will oder die anderen Spiele noch schauen will. Die Regenwahrscheinlichkeit lässt zur Nacht hin immer weiter nach. Nebel breitet sich aus, die Wolken kommen nach Süden voran. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 7 Grad. Eine Jacke oder ein Pulli zum Public Viewing ist also nicht schlecht. Und nun kann es also endlich kommen. Das Spiel, ich wünsche Ihnen, dass es ein tolles Fußballspiel wird. Bis zum nächsten Mal.